ARD Text im Auftrag von Funk 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 Siebtes Tor in den Playoffs. Pascal Berger hier gegen Löffel. Boss, der noch einmal raus ist. Vielleicht gibt es hier noch den fünften Treffer. Jawohl, Pascal Berger, Tor. Zweiter Antinette. Und jetzt sind die Berner hier nicht mehr zu halten. Noch fünf Sekunden, jetzt noch zweieinhalb Sekunden. Und dieses Mal haben es die Berner. 13. Meistertitel. Das ist der Bern. Nicht anfassen. Moment. Also jetzt ist offiziell Schweizer Meister 2013.